Bevor ich die Ausbildung angefangen habe, da stand ich wirklich vor einem schwarzen Loch, kann man sagen. Man weiß nicht, wie geht es weiter, was bringt die Zukunft. Man hat viele Ängste in sich. Was kann man für sich selber und für die Zukunft machen und wie kann man wieder einen vernünftigen Weg in die Gesellschaft zurückfinden und auch natürlich ganz wichtig in das Berufsleben zurückfinden. Der Ursprung liegt Ende der 90er Jahre. Da war ich 19 Jahre alt und habe meinen Militärdienst absolviert und hatte damals während meiner Militärphase einen sehr schweren Unfall. Und letzten Endes war es dann eben so, dass über die Jahre hinweg mich dann die Spätfolgen dieses Unfalls wieder eingeholt haben. Das Problem, was daraus resultierte, war einfach, dass ich meinen bis dato ausgeübten und auch gelernten Beruf, damals Industriemechaniker, nicht mehr ausüben konnte. Und dann habe ich einfach auf eigenen Wunsch dann bei meinem Kostenträger, in dem Fall die Rentenkasse, da einfach einen Antrag gestellt auf berufliche Rehabilitation und dadurch habe ich dann hier im BfW die Ausbildung zum Qualitätsfachmann machen können. Ich komme ursprünglich aus der Hotelbranche und aus dem Gastronomiebereich. Bei mir war das Problem, dass ich aufgrund einiger Erfahrungen meines Lebens eine Essstörung entwickelt habe und eben auch Depressionen bekommen habe. Also nach meinem Klinikaufenthalt habe ich mich dann einfach gefragt, wo ist mein Platz, wohin geht die Reise nun. Ich hatte zwei Wochen lang Zeit, verschiedene Berufe auszutesten, mich auszuprobieren, zu schauen, was passt zu mir. Nach den zwei Wochen habe ich dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass eben der kaufmännische Bereich absolut mein Ding ist. Das wirkt irre abstrakt, wenn man hier anfängt, aber man wird ja auch sehr, sehr gut betreut von allen Seiten, von seitens den Dozenten, den Reha-Integrationsmanagement, den begleitenden Hilfen und so weiter, die Job-Coaches. Also da hat man so viele Möglichkeiten, wo man hier auch an die Hand genommen wird und man wird hier nie allein gelassen. Und der theoretische als auch der praktische Anteil sind sehr umfangreich. Und auch natürlich der Anspruch dieser Ausbildung ist nicht ohne, da das ja auch mit IHK Abschluss zu machen ist. Ja, also wir hatten oft auch Lerngruppen gebildet. Die Stärksten haben die Schwächsten eigentlich auch immer mitgezogen. Ich konnte an manchen Situationen mit dem Druck nicht so ganz umgehen. Dann hat man eben die Chance, auch psychologische Hilfe zu bekommen. Ja, es gibt Momente, da denkt man, oh Gott, wie schaffe ich das? Und dann merkt man aber auch nach ein paar Wochen, hey, ich habe es geschafft. Und das ist einfach so ein gutes Gefühl. Für mich war es einfach auch gerade mit meiner Problematik sehr wichtig, dass ich einen strukturierten Alltag habe. Und der ist natürlich im BfW absolut gegeben. Man hat hier geregelte Pausenzeiten, man hat hier ein gutes Mittagessen. Ich bin eh ein Mensch, ich brauche viel Bewegung, ich brauche was für den Ausgleich. Und hier hat man eben dann auch die Möglichkeit gehabt, ins Fitnessstudio zu gehen. Und hatte für mich dann wirklich auch einen super tollen Ausgleich. Auch die Betreuung im Fitnessstudio war einwandfrei, kann ich sagen. Die Luft hier ist gigantisch. Wir sind hier direkt am Waldrand. Man kann sehr gut eigentlich hier abschalten mit einem guten Spaziergang. Auch nach Unterricht, also Unterrichtsende. Und ja, man kann hier auch zur Ruhe kommen. Auch die Sozialkompetenzen werden hier richtig mal überarbeitet und durchgeschliffen. Und man wird hier nochmal ein Stück weit erwachsen. Man reift hier sehr, sehr stark. Und das hat natürlich einen gigantischen Einfluss auf den Teilnehmer. Man ist faktisch ein anderer Mensch, wenn man hier rausgeht. Ich arbeite in einer super tollen Firma und kann jetzt auch sagen, ich habe meinen Platz gefunden. Ja, ich stehe wieder fest im Arbeitsleben. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Meine ganz persönliche Erfahrung war, dass ich hier am BFE aufgehört habe und quasi unmittelbar im Anschluss sofort mit nur einer einzigsten Bewerbung einen wirklich sehr tollen Job finden konnte. Aufgrund und Basis der Ausbildung im BFE. Es ist anstrengend, es ist stressig, es ist irre anspruchsvoll. Aber mit den Möglichkeiten, die man hier im BFE mitbekommt, kann man das sehr, sehr gut bewältigen. Wenn damals, ich sage mal vor fünf oder vor zehn Jahren jemand zu mir gesagt hätte, du bist dann mal nach dem BFE an dieser und dieser Stelle, den hätte ich für verrückt erklärt. Das wäre aus meiner persönlichen Sichtweise unmöglich gewesen. Aber das geht.